In der Pfalz gibt es anscheinend einen bodenlosen Pool von jungen Winzertalenten. Mit Markus Pfaffmann aus Walzheim hat man einen Top-Winzer, der gerade im Weißweinbereich unglaublich gute Qualität zu kleinem Preis abliefert. Sein Sauvignon sticht dabei sogar noch heraus. Der Wein ist sehr frisch mit so einem bisschen Pritzeln auf der Zunge, dazu eine dichte Frucht und eine Sauvignon-rassige Säure. Einer meiner Lieblings-Sauvignons und zu diesem Preis unschlagbar.